Guten Tag meine Damen und Herren, seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn Sie beten, wie sprechen Sie zu Gott? Sprechen Sie mit Überzeugung? Sprechen Sie mit Offenherzigkeit? Sprechen Sie kühn? Treten Sie kühn vor den Gnadenthron Gottes, wenn Ihnen etwas im Herzen liegt, wenn Sie Ihre Bitten Gott unterbreiten? Denn einige verstehen nicht so recht, was das bedeutet, gegenüber Gott kühn aufzutreten. Sie mögen sich vielleicht scheuen, mögen sagen, oh, das kann ich doch nicht tun. Ich kann doch nicht so mit Gott sprechen. Wir werden uns heute einmal dieses Thema näher anschauen anhand der Bibel. Anhand vieler Schriftstellen in der Bibel, die Ihnen vielleicht ein wenig die Augen öffnen mögen, die Ihnen vielleicht auch zeigen mögen, warum Ihre Gebete zurzeit nicht so erhört werden, wie sie vielleicht erhört werden könnten oder sollten. Ich möchte zunächst mit einigen Zitaten aus unserer Broschüre beginnen. Lehre uns zu beten. Und diese Broschüre ist total kostenlos und Sie können sie von uns jederzeit erhalten. Und ich lese zunächst einmal aus der Kapitelüberschrift und von dem Kapitel mit der Überschrift Lehre uns zu beten. Beten Sie freimütig, kühn, tapfer, mutig und mit freudiger Zuversicht und frohem Vertrauen. Das ist eine ganze Menge, was hier gesagt wird. Ich möchte zunächst einmal einige Stellen hier aus der Broschüre insoweit zitieren. Da heißt es, wenn wir den Glauben haben, dass Gott unsere Gebete erhört und beantwortet, dann müssen wir mit Freimut oder mutiger Tapferkeit vor Gottes Thron erscheinen. Wenn wir uns ihm in schüchterner oder ängstlicher Weise nähern, dann zeigen wir ihm, dass wir nicht wirklich daran glauben, dass er für uns tun wird, worum wir ihn bitten. Wir sind daher aufgefordert, und ich zitiere, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Hebräer, Kapitel 4, Vers 16, ein Zitat aus der Schlachterbibel. Die Lutherbibel 2017 schreibt, wir sollen freimütig hintreten zum Thron der Gnade. Das griechische Wort für Freimütigkeit oder freimütig lautet Parhesia, was so viel bedeutet wie freie, offene Äußerung oder freie, offene Aussprache. Und das Wort Freimütigkeit ist definiert als mutig sein, offenherzig, unerschrocken, furchtlos, kühn oder kraftvoll in der Ausdrucksweise. Haben Sie das alles mitbekommen? Ich wiederhole das nochmal. Mutig sein, offenherzig, unerschrocken, furchtlos, die falsche Art von Furcht wird hier angesprochen, kühn, kraftvoll in der Ausdrucksweise. Das griechische Wort für Freimütigkeit oder Freimut hat so dann auch die Bedeutung von Tapferkeit. Paulus sagt uns, dass wir nicht den Mut verlieren und aufgeben dürfen, weil wir doch Freimut oder frohes Vertrauen durch Christus sowie Zuversicht durch seinen Glauben haben. Das schließt das Verbot ein, im Gebet nachzulassen. Das lesen wir in Epheser 3, die Verse 12 bis 13. Christus sprach freimütig zu den Menschen und zeigte damit seine unerschütterliche Überzeugung. Wir zitieren dann hier Johannes Kapitel 7, die Verse 25 und 26. Ich möchte es jetzt kurz mit Ihnen aufschlagen. Johannes Kapitel 7, die Verse 25 und 26. Da sagten einige aus Jerusalem, und ich lese hier hauptsächlich von der Lutherbibel 2009. Da sagten einige aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und seht, er redet öffentlich, wie es hier heißt, und sie entgegnen ihm nichts. Haben unsere Obersten nun wirklich erkannt, dass er wahrhaftig der Christus ist? Die Lutherbibel schreibt, er redet frei und offen. Lutherbibel 2017, auch die Ältere 1984. Er redet frei und offen. Hieraus folgt, ich zitiere weiter aus unserer Broschüre, dass Christi Jünger dieselbe Art und Kühnheit in ihrem Leben manifestieren müssen. Dieselbe Art des Freimuts und der Kühnheit. Und schauen wir uns Philippa Kapitel 1 an, die Verse 19 und 20. Philippa Kapitel 1, die Verse 19 und 20. Denn ich weiß, dass mir dies durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts beschämt werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Schauen Sie, diese Freimütigkeit, diese Zuversicht, die wir haben, die darf auch nicht davor zurückschrecken, selbst wenn wir in Schwierigkeiten geraten, wo unser Leben mit dem Tod bedroht ist. Auch in 1. Timotheus Kapitel 3 lesen wir Vers 13. 1. Timotheus 3 und Vers 13. Dies schließt gleichermaßen und schließt gleichermaßen die richtige Art von Freimütigkeit Gott gegenüber mit ein. Und von daher sind wir ermahnt, an unserer Freimütigkeit bis zum Ende standhaft festzuhalten, sagen wir hier in unserer Broschüre. Und wir zitieren Hebräer Kapitel 3 und Vers 6. Hebräer 3 und Vers 6. Da heißt es zunächst einmal in der Bibel 2009, Christus aber als ein Sohn über sein Haus, dessen Haus sind wir, wenn wir denn das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten. Hier wird von Vertrauen gesprochen. Die Bibel 2017 schreibt Freimut. Und die Erwerferter Bibel Freimütigkeit, darum geht es hier. Diese Freimütigkeit, von der ich eben gesprochen habe, die wir eben zitiert haben und die wir eben definiert haben, was damit gemeint ist. Und dann noch 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 14. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 14. Da heißt es wiederum aus der Lutherbibel 2009 zitiert. Und das ist das zuversichtliche Vertrauen, das wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Das, wie es hier heißt, zuversichtliche Vertrauen. Die Schlachterbibel schreibt, das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Ich möchte nun die Zeit mir einmal nehmen, mit Ihnen mehrere Stellen aus der Bibel zu lesen, die diese Freimütigkeit, dieses Vertrauen, diese Kühnheit, diese Offenherzigkeit, diese Furchtlosigkeit, diese Unerschrockenheit, diese kraftvolle Ausdrucksweise einmal näher beschreiben. Und wir werden sehen, wie die Giganten der Bibel, die gerechten Menschen der Bibel gebetet haben. Und dann fragen wir uns, ob wir auch so beten, ob wir uns überhaupt trauen, dies zu tun. Ob wir vielleicht meinen, nee, das können wir ja nicht. Das ist ja zu viel. Das ist doch nicht irgendwo respektvoll Gott gegenüber. Nun, schauen wir uns einmal an. Denn diese Stellen stehen ja nicht hier, nur weil sie die Seiten füllen wollen. Psalm 7. Und wir werden viele Stellen heute lesen aus den Psalmen. Psalm 7. Zunächst einmal Vers 1, das ist die Einleitung. Ein Klager liegt Davids, dass er dem Herrn sang wegen der Worte des Kusch des Benja Minitas. Er hatte ihn ja ganz schädlich und schändlich behandelt, hat er dann auch die vielen Priester umgebracht. Vers 7. Steh auf, Herr, in deinem Zorn. Erhebe dich gegen den Grimm meiner Feinde und wach auf, um mir zu helfen, der du Gericht verordnet hast. Schauen wir uns an, wie dies formuliert ist. Hier ist ein verzweifelter David, der zu Gott betet, der sagt, wach auf, wach auf. In anderen Worten, wach auf von deinem Schlaf. Warum schläfst du? Warum schläfst du? Warum stehst du nicht auf in deinem Zorn, in deinem Grimm, dass du den Feinden vergiltest? Und dann sagt er sogar noch mehr. In Vers 17. Sein Unrecht wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel fällt auf seinen Scheitel zurück. Mit anderen Worten, David wusste bereits, dass Gott eingreifen würde. Aber zunächst einmal sagte er ihm, ja, warum hast du aber nicht bereits schon eingegriffen? Wach doch auf und tu doch etwas. Vers 18. Und wir werden heute sehen, dass die verzweifelten Aussagen der Gerechten in der Bibel immer, zumindest in den meisten Fällen, mit der Zuversicht einhergehen. Gott wird eingreifen. Gott wird die Gebete erhören und er wird eingreifen. Und das ist sehr wichtig, denn wir müssen verstehen, dass wir natürlich Gott in keinster Weise, wie wir noch sehen werden, hinterfragen dürfen. Aber in Psalm Kapitel 10 und Vers 1, auch hier wiederum eine sehr ausdrucksvolle, offenherzige, kühne Ausdrucksweise. Herr, warum bist du so fern? Warum bist du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not? Haben Sie schon mal so zu Gott gebetet? Herr, Gott, Heiliger Vater, warum tust du nichts? Warum bist du so fern von mir? Warum verbirgst du dich in meiner Not, in meinen Zeiten der Not? Und, lesen wir weiter in Vers 14. Du siehst es sehr wohl. Keine Frage, du siehst doch, was sich abspielt. Denn du bemerkst das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir an. Du bist ein Helfer der Reisen. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Man könnte sagen, ja, wie kann aber sowas David sagen? Er war ja ein Christ. Er hat ja Gottes Heiligen Geist in sich. Wir lesen das deutlich in der Bibel. Er hatte auch den Heiligen Geist von Jesus Christus in sich. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er würde im Reich Gottes sein. Einer der höchsten Mitglieder im Reich Gottes, in der Familie Gottes. Was sagt er hier? Zerbrich den Arm des Gottlosen und räche seine Bosheit. Dann wird man sein gottloses Wesen nicht mehr finden. Haben Sie schon einmal so gebetet? Wenn Sie Menschen kennen, die Ihnen großes Leid zufügen oder was noch schlimmer ist, anderen, die Sie beeinflussen, auf falsche Weise zu leben, beten Sie zu Gott. Da ist nichts Falsches dran. Gott greife ein. Sieh zu, dass diese bösen, niederträchtigen, Elenden von Satan möglicherweise inspirierten Menschen nicht mehr weiter auf solche schreckliche Weise agieren können. Vers 16, der Herr ist König immer und ewig. Die Nation mit anderen Worten, die gegen ihn rebellieren. Die sind aus seinem Lande verschwunden. Vers 17, das Bitten der Elenden hörst du, Herr. Du machst ihr Herz gewiss, dass dein Ohr auf sie hört. Dass du den Weisen und Armen recht schaffst. Dass kein Mensch mehr Schrecken verbreite auf Erden, wie heute so viele es tun. Nun, deswegen beten wir, dein Reich komme, damit diese Schrecknisse dieser Welt aufhören. Aber denken wir, wie dieser Psalm begonnen hat. Herr, warum bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? David sagt alles weitere dann über Gott, was er tun wird und er ist sich dessen auch bewusst und sich dessen auch gewiss. Aber gleichwohl spricht er ihn kühn an und sagt, ja Gott, warum hilfst du eigentlich nicht? Warum wartest du so lange mit deinem Eingreifen? Nichts verkehrt ist daran, so zu beten. Psalm 13, Vers 2, wiederum. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Aber er sagt auch in Vers 6, Aber wiederum, er fing damit an zu fragen, warum bist du so lange irgendwie nicht bemerkbar? Vers 3, wie lange soll ich in meiner Seele Sorgen haben und mich täglich in meinem Herzen ängstigen? Und wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Das sind die Fragen, die er stellt, die er Gott stellt. Und er weiß manchmal nicht so recht, ja, warum dauert das so lange? Und das gilt für uns auch alle. Manchmal gibt es schreckliche Dinge, die uns widerfahren. Und wir leben gerecht. Natürlich, wenn wir auf falsche Weise leben, dann ist es ein Problem. Aber wir leben, wir versuchen gerecht zu leben, wir versuchen das Richtige zu tun. Und da kommen Menschen daher, die bringen nichts als Unheil. Vielleicht sogar Menschen, die einmal die Wahrheit, in Anführungszeichen, kannten, oder etwas von der Wahrheit kannten, die vielleicht in der Kirche Gottes waren, die sich dann von der Kirche Gottes entfernt haben, die eine Kehrtwende gemacht haben, wie die Schweine, die sich in dem Kot wälzen, die Hunde, die das Erbrochene wieder aufgefressen haben. Und die werden dann die Feinde von Gott. Absolute Feinde. Und dann fragt man sich ja, warum greift Gott nicht dann jetzt schon ein? Nun, Gott hat seinen Plan. Und wir können aber gleichwohl Gott bitten, einzugreifen, schnell einzugreifen. Und Gott wird unsere Gebete auch erhören. Psalm 28, Vers 1. Psalm 28, Vers 1. Ein Psalm Davids. Wenn ich zu dir rufe, Herr, mein Fels, dann schweige doch nicht. Damit ich nicht, wenn du schweigst, wie ich werde, die in die Grube hinabfahren. Vers 2. Höre, mein Flehen, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem Allerheiligsten. Also er bittet, er fleht Gott um Hilfe an. Er bittet Gott, dass er schnell ihm hilft. Weiter in Vers 6 oder lesen wir weiter in Vers 3. Nimm ich nicht weg mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die mit ihren Mitmenschen freundlich reden, aber Böses im Herzen haben. Das kennt man natürlich auch. Auch Heuchler, die zu einem kommen, die sagen, dass sie einem so gut helfen können. Man kann mir ruhig vertrauen und dann quatschen sie das Blödsinnigste mit falschen Gerüchten an andere weiter. Er sagt, gib ihnen gemäß ihrer Tat. Sieh, auch da ist nichts Falsches dran. David sagt Gott, rechne mit denen ab. Gib denen, was sie verdienen. Nicht, dass er es selbst tun würde. Darum ging es nicht. Aber er bittet Gott um gerechtes Handeln. Gib ihnen gemäß ihrer Tat und ihrem bösen Wesen. Vergilt ihnen nach den Werken ihrer Hände. Gib ihnen, was sie verdient haben. Denn sie wollen nicht auf das Tun des Herrn und auf die Werke seiner Hände achten. Darum wird er sie zerbrechen und nicht aufbauen. David war davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt. Sind sie davon überzeugt? Das wird so geschehen. Die Bibel sagt das. Es wäre kein Gott der Gerechtigkeit, wenn es nicht geschehen würde. Vers 6. Gelobt sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens erhört. Und also David war sich dessen Clown bewusst. Gott hat zugehört. Aber er fing an und sagte, ja, aber beeile dich ein wenig mit deinem Eingreifen. Dann sagt er, wenn ich tot bin, dann nützt es mir nicht mehr als zu viel. Psalm 38. Psalm 38 und lesen wir einmal Vers 16. Auch hier dieses zuversichtliche Vertrauen, was ja auch eine Definition der Freimütigkeit ist. Aber ich warte hoffend, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst mich erhören. Und dann Vers 22. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile, mir beizustehen, Herr, meine Hilfe. Ja, David sagt, ich weiß, du wirst mich erhören, du wirst mir helfen, aber warte nicht so lange damit, sondern eile, es zu tun. Eine sehr schöne Aussage. Finde ich gut. So können wir uns an Gott wenden. Mit Respekt, mit Demut, aber auch mit der notwendigen Freimütigkeit. In Psalm 39 lesen wir Vers 13. Wiederum ein Gebet von David. Höre, mein Gebet, Herr, vernimm mein Schrein und schweige nicht über meinen Tränen. Denn ich bin dein Gast und dein Fremdling für alle meine Väter. David war sich dessen bewusst, dass wir alle Gäste und Fremdlinge hier auf Erden sind. Unser Leben ist eine kurze Zeitspanne, wird eine kurze Zeitspanne. Es ist dazu da, dass wir uns bewähren, dass wir uns qualifizieren für das Reich Gottes, dass wir Charakter entwickeln, dass wir das Falsche ablehnen, dass wir zunächst einmal lernen, was richtig und falsch ist, das Falsche ablehnen, das Gute wählen und dann auch das Gute tun. Das ist der Grund unseres Lebens. Das Einzige, was sie mitnehmen, wenn sie sterben, ist ihr Charakter. Hoffentlich ist es ein guter Charakter. Er war ein Gast, ein Fremdling, wie wir alle. Aber er sagt, schweige nicht über meinen Tränen. Greife ein und greife bitte schnell ein. Lesen wir auch in Psalm 40. Zunächst einmal in Vers 14. Lass es dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Immer und immer wieder. Eile, Herr, zögere nicht. Sei nicht schweigsam. Wache auf. Vers 17. Es sollen sich freuen und fröhlich sein wir und dich alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben, sollen stets sagen, der Herr sei hochgelobt, denn ich bin arm und elend. Vers 18. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott. Zögere nicht. Ja, du bist mein Herr, mein Helfer, mein Erretter, aber zögere nicht. Eile, mir zu helfen, sagt er hier wiederum. Auch in Psalm 42 und Vers 10. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Ist das Mangel an Respekt? Nein, es kam ihm so vor. Und er hat dieses Empfinden Gott gegenüber mitgeteilt. Ja, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig anhergehen, wenn mein Feind mich bedrängt? Sagt er hier. Vers 11. Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen, indem sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Schauen Sie, es geht hier, David, auch darum, Gott zu verherrlichen in seinem Leben. Und wenn irgendwie Probleme erfolgen durch diese Feinde von ihm und Gott greift nicht ein, dann spotten die nur noch mehr. Das haben wir auch alle erlebt in unserem Leben, denke ich mal, dass vielleicht sogar auch Verwandte, Freunde, vielleicht sogar der ungläubige Ehepartner, diese Vorwürfe ihnen macht. Ja, wenn das wirklich so ist, dass Gott auf deiner Seite ist, ja, wieso kommt das dann, dass er dir nicht hilft? Das musst du alles auch Christus am Kreuz erdulden, wie sie ja wissen. Aber hier sagt David in Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele? Er sagt es zu sich selbst jetzt und bist so unruhig in mir. Warte vertrauend auf Gott. Gott wird schon eingreifen zu seiner Zeit. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Lassen wir Gott diese Dinge auf seine Weise bewerkstelligen. Er wird es mit Gerechtigkeit tun. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber zu machen. Er wird eingreifen. Diese Menschen, die ihn verhöhnen, diese Menschen, die ihn verspotten, diese Menschen, die es vielleicht sogar besser wussten zu einem gewissen Grade, werden ein schreckliches Elend erleiden. Das ist ganz klar in Gottes Wort prophezeit. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht dann zu spät bereits für sie ist. Für einige, die ich kenne, die ich gekannt habe, das sage ich ganz deutlich, ist es aller Wahrscheinlichkeit nach bereits schon zu spät. Aber ich hoffe nicht, dass das für andere gilt. Psalm 43, Vers 1. David sagt so eben, ja, warum verstößt du mich? Schaffe mir doch Recht. Ich will doch deinen Willen tun. Warum lässt du mich so traurig einhergehen, wenn mich mein Feind bedrängt? Denn das mag damals sehr buchstäblich gewesen sein, dass also feindliche Armeen ihn bedrängt haben, aber wie sieht das heute mit uns aus? Menschen, die sich als unsere Feinde ausgeben, die sich ganz klar als unsere Feinde darstellen, die bedrängen uns auf die unmöglichste und vielleicht möglichste Weise. Nun, sie sind von Satan beeinflusst, ganz klar und deutlich, von Dämonen beeinflusst. Und die Dämonen wollen nichts weiter als sie und mich zu zerstören. Und deswegen sagt David, ja, warum lässt du das zu? Aber hier wiederum auch in Vers 5. Dieses Selbstgespräch, was er jetzt hat. Ja, was betrübst du dich, meine Seele? Bist du unruhig in mir? Warte vertraut auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Die gleiche Aussage, die er gerade im letzten Psalm auch getroffen hatte. Fahren wir fort mit Psalm 44. Interessant ist, wie in meiner Bibel das überschrieben ist. Hat Gott sein Volk verstoßen? Fragezeichen. Dann heißt es hier in Psalm 44 und Vers 10. Nachdem zunächst einmal hier die Ereignisse wiederholt wurden und erklärt wurden und erzählt wurden, die Gott bereits für das Volk getan hatte, die guten Dinge. Jetzt in Vers 10. Warum verstößt du uns denn nun und lässt uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Heer? Fragt er hier. Und dann in Vers 24. Wach auf, Herr. Er hat gesagt, hör auf zu schlafen. Wach auf, Herr. Warum schläfst du? Ich hatte das letztens mal erwähnt, jemandem gegenüber. Warum schläfst du? Habe ich gebetet. Und dann wurde mir gesagt, ja, ist das irgendwo die richtige Art und Weise zu beten? Nun, hier steht es klar und deutlich. Wach auf, Herr. Warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht endgültig. Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unser Elend und unsere Drangsal. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt. Unser Leib klebt am Erdboden. Mache dich auf. Hilf uns und erlöse uns wegen deiner Güte. Ein Gebet mit Dringlichkeit, mit Offenherzigkeit, mit Kühnheit gesprochen. Lesen wir auch weiter in Psalm 59. Psalm 59 und lesen wir angefangen in Vers 5. Psalm 59 und Vers 5. Da heißt es, sie laufen herbei ohne mein Verschulden und bereiten sich vor. Erwache und begegne mir und sieh es an. Du Herr, Gott Sebaoth, Gott Israels, wach auf. Wach auf und suche alle Nationen heim. Sei keinen von ihnen gnädig, die so verwegene Übeltäter sind. Das ist ein Gebet von David. Es ist nichts Falsches dabei, Gott zu bitten, sich an den Übeltätern, die sich gegen sein Gesetz vergehen, sich an denen zu rächen. Nun, wir uns dürfen sich nicht selbst rächen. Wir sollen die Rache Gott überlassen. Das ist klar. Aber wir sollen die Rache Gott überlassen. Gibt Raum für die Rache Gottes, wie es heißt. Einige haben da eine total falsche Vorstellung. Ach, man muss alles nur Gutes denken und tun und an den Feinden Gutes erweisen und nur für ihr Wohl beten, obwohl sie in tiefster Schändlichkeit leben. Nein, 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 nein. Das ist nicht das, was uns Gott sagt. Wir sollen nicht für das Glück, für den Segen der Feinde beten, wenn die ganz klar und deutlich sich gegen Gott verstoßen. Wir können beten, dass die sich vielleicht bereuen oder umkehren. Umkehren. Das ja. Aber dass Gott sie segnen soll, in ihrem schrecklichen Verhalten, keineswegs. Keineswegs. Und so lesen wir weiter in Vers 14. Schauen Sie, das ist das, was David sagt. Vertilge sie ohne alle Gnade. Vertilge sie, damit sie nicht mehr da sind. Und erkennen, dass Gott in Jakob Herrscher ist, bis an die Enden der Erde. Die erkennen das in einem Augenblick, wo Gott sie vertilgt. Sie kommen ja aller Wahrscheinlichkeit nach wieder hoch. Es sei denn, sie haben die unvergehbare Sünde begangen. Dann kommen sie auch wieder hoch in der dritten Auferstehung, werden dann aber im folgenden Fuhl verbrannt. Aber sie kommen in der zweiten Auferstehung hoch, wie der Pharao zum Beispiel, der mit seiner Armee im Roten Meer ersoff. Der kommt hier wieder hoch. Nebenbei gesagt, auch der Pharao starb im Roten Meer. Einige sagen, der Pharao überlebt ihn dann keineswegs. Die Bibel sagt deutlich, er starb zusammen mit seinem Heer. Aber die kommen hier wieder hoch in der zweiten Auferstehung. Die werden dann erkennen, dass es Gott war, der alles dies bewirkt hat. Aber zunächst einmal geht es darum, Gott lasst ihn nicht weiter ihr Unwesen treiben. Weiter diesen Schaden anrichten. Gerade auch deinem Volk gegenüber. Lesen wir Psalm 74. Psalm 74 und Vers 11. Ach hier wiederum schauen wir uns an, wie David das immer und immer wieder sagt. In diesem Fall war es allerdings Asaph, aber das spielt ja keine Rolle. Gott hat das alles inspiriert. Vers 18. Warum ziehst du deine Hand ab? Nimm deine Rechte von deinem Schoß und mach ein Ende. Greif ein. Warte nicht zu lange. Vers 18. So denke doch daran, dass der Feind den Herrn verhöhnt und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Es geht darum, Vater, denke daran, die lästern dich. Denke daran, die verhöhnen dich. Sie mögen uns verhöhnen, aber wer sind wir? Sie letztendlich verhöhnen dich. Mach ein Ende. Greif ein. Sieh zu, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Es kann ja auch sein, dass einige dadurch dann auch beeinflusst werden. Das Gleiche zu tun. Vers 22. Mache dich auf, Gott, und führe deine Sache aus. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Von diesen Narren, die von sich vorgeben, sie seien so intelligent. Ach, was kümmert mich die Bibel? Was kümmert mich Gott? Gott gibt es ja gar nicht. Oder der schaut dir auch nicht zu. Ist ja auch egal. Ich kann dir leben und tun und lassen, was ich will. Ich kann in abscheulicher Sünde leben und andere auch noch dazu bewegen, das Gleiche zu tun. Diese Narren, diese Toren. Hier, der Asaf sagt, mach ein Ende mit denen. Vers 23. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde. Das Toben deiner Widersacher wird, je länger, je größer. Das ist das Problem. Wenn die Strafe nicht über die Ungerechten bald ergeht, dann werden sie noch dazu ermuntert und ermutigt, noch weitere Ungerechtigkeit zu treiben, sagt er hier. Sagen andere ja auch. Sagt ja auch Salomon im Buch Prediger. Schauen Sie, darum geht es. Darum geht es. Und das wird hier in diesen Psalmen Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Denkt da dran, was das alles bedeutet. Kühnheit, Offenherzigkeit, mit Überzeugung gesprochen, Freimütigkeit. Beten sie manchmal so? Oder beten sie verzagt und wissen gar nicht so recht, ob Gott überhaupt zuhört, wenn sie zu ihm beten. Dann wird ihr Gebet nichts bringen. Psalm 80, Vers 2. Du hörte Israels, höre, der du Josef wie Schafe führst. Er strahle, der du über den Cherubim sitzt. Erwecke deine Macht, der du vor Ephraim, Benjamin und Manasseh bist und komm uns zur Hilfe. Gott, tröste uns und lass dein Angesicht leuchten. Dann werden wir gerettet. Herr, Gott, Zebot, Vers 5. Wie lange willst du zürnen, trotz des Gebets deines Volkes? Wir beten zu dir. Nun ja, wir haben gesündigt. Wir beten um Vergebung. Aber es sieht so aus, dass dein Zorn nach wie vor über uns weilt. Wie lange willst du das tun? Trotz des Gebets deines Volkes, fragt er hier. Auch wiederum Asaph ist derjenige, der diese Fragen stellt. Vers 15. Gott, Zebot, wende dich doch her. Schau vom Hügel herab. Sieh es an und suche diesen Weinstock heim. Vers 18. Deine Hand schütze das Volk deiner Rechten und die Leute, die du dir großgezogen hast. Dann wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben. Dann wollen wir deine Namen anrufen. Schauen Sie, was hier alles gesagt wird. Er weist auf die Gefahr hin, dass wenn Gott nicht baldigst eingreift, man so deprimiert werden kann, so entmutigt werden kann, dass man sogar von Gott dann abweicht. Er spricht Leute an hier, die großgezogen worden sind von Gott. Das gilt für Sie und für mich ganz besonders. Wenn wir heute den Heiligen Geist erlangt haben, wenn wir heute gezeugte Kinder Gottes sind, dann hat Gott uns großgezogen, hat uns bereits schon vor unserer Geburt, lange vor unserer Geburt gekannt und bestimmt, dass wir heute in diesem Zeitalter berufen werden sollen. Und er sagt hier, nun gut, das hast du jetzt ja getan, aber jetzt warte nicht zu lange, denn sonst könnte es in der Tat geschehen, dass wir so entmutigt werden, dass wir abfallen. Auch das ist eine sehr interessante Ausdrucksweise, die Gott gegenüber gebraucht wird. Eine Freimütigkeit. Einige würden sich scheuen, nicht so zu sagen, aber das ist so in der Bibel klar und deutlich niedergelegt. Und in keinster Weise heißt es hier, dass Gott das nicht gebilligt hätte. Psalm 82, Vers 8. Psalm 82, Vers 8. Gott, mache dich auf und richte den Erdboden, denn du sollst alle Nationen zum Erbteil haben. In anderen Worten, dein Reich komme. Das ist auch etwas, was wir immer und immer wieder beten sollten. Gott, mach ein Ende mit diesem Wahnsinn auf dieser Erde, mit diesen Führern. In allen Ländern, die nichts von dir wissen, nichts von dir wissen wollen, die nur Unheil anrichten. Die ja alle unter der Gewalt Satans stehen und dann mit den Leuten unter diesem Führern, den Mitmenschen, die genauso verführt sind, die genauso die falschen Dinge tun, glauben, lehren. Ob das jetzt Halloween ist, dieses schreckliche, verdammungswürdige Fest von Satan oder das Weihnachtsfest, was kommen wird, das eben auch ein verdammungswürdiges Fest von Satan ist. Mach ein Ende damit. Mach ein Ende damit. Und Gott sagt, wenn er Jesus Christus zurückschickt, wird das auch ein Ende haben, da wird keiner mehr Weihnachten halten, dann wird keiner mehr Halloween halten. Und wenn sie es halten würden, dann würde Gott mit einer Sprache zu denen sprechen, die sie verstehen würden. Leute spotten die meisten nur drum und verstehen das nicht oder wollen es nicht verstehen. Ach, das ist doch ein harmloser Spaß. Das sind Idioten, die so denken. Idioten, die das ihren Kindern mitteilen. Narren, Verführer, von Satan inspiriert, ohne es vielleicht zu wissen. Psalm 83, Vers 2, auch wiederum ein Psalm von Asaph. Gott, schweige doch nicht so und sei doch nicht so stumm. Gott, bleib doch nicht so still. Wir antworten ja, warum tust du das? Warum bleibst du so still? Greife ein. Mach ein Ende. Hilf uns. Psalm 89. Psalm 89. Vers 48. Wenn Sie meinen, wir haben schon einiges gelesen, was hier gesagt wird, es wird noch stärker werden. Psalm 89, Vers 48. Psalm 89 und Vers 48. Das ist eine Unterweisung von Ethan. Von dem weiß man nicht allzu viel, aber er wird hier erwähnt und zitiert. Und das ist, was er gesagt hat. Psalm 89 und Vers 48. Bedenke, wie kurz mein Leben ist. Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben? Auch hier wiederum. Der gleiche Gedanke. Du hast uns doch großgezogen. Zu einem Zweck, dass wir heilig sein sollen. Dass wir ausgesondert sind zu dem Zweck eines heiligen Lebens. Ja, wenn du uns aber nicht hilfst, kann es passieren, dass wir vielleicht sogar noch abweichen von dir. Die gleiche Idee. Warum willst du alle Menschen umsonst geschaffen haben? Ich meine, du hast uns doch zu einem Zweck erschaffen. Bedenke aber, wie kurz mein Leben ist, sagt er hier. Wo ist jemand, Vers 49, und den Tod, der lebt und den Tod nicht sieht, der seine Seele aus der Hand des Todes errettet, also sein Leben. Vers 50. Herr, wo ist deine frühere Gnade? Wo ist sie? Die du, David, geschworen hast in deiner Treue. Sieht nicht so aus, so zeigt Gott, dass du eingreifst her. Dass du uns deine Gnade erweist. Obwohl wir zu dir beten, hast du noch zornig. Heid über uns, wie wir gelesen haben. Aber schauen Sie, das sind so diese Fragen, die wir stellen in einem sehr emotionalen, freimütigen Gebet. Aber dann kommt die Überzeugung, die Gewissheit, und die muss da sein. Vers 53. Ja, es sieht zwar jetzt nicht so aus, dass Gott uns seine Gnade erweist, aber wir wissen, dass er es tun wird zu seiner Zeit. Also diese Überzeugung muss bestehen bleiben. Die darf nicht weggenommen werden, wie wir gleich sehen werden. Das wäre gefährlich. Im Psalm 90, das ist ein Gebet von Mose, lesen wir Vers 15. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest und wir so lange Unglück litten. Erfreue uns nun wieder. Es kann sein, dass man eine gewisse Zeit lang Unglück hat oder Probleme hat. Und es sieht so aus, als ob Gott da gar nicht eingreift. Als ob der Feind, der sich gegen Gott mit anderen verschworen hat, obsiegt. Aber Mose sagt, das wird nur eine Zeit lang dauern. Dann wirst du eingreifen. Und er war davon überzeugt natürlich, dass dies geschehen würde. Psalm 102. Psalm 102, die Verse 2 und 3. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien vor dich kommen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir in der Not. Neige dein Ohr zu mir, wenn ich dich anrufe. Und erhöre mich schnell. Schauen Sie, neige dein Ohr zu mir. Wie was er gesagt? In anderen Worten, er hört genau zu. Das ist das Gebet an Gott. Hör genau zu, was ich dir sage. Und schweige auch nicht, wenn ich zu dir bete. Und hilf mir schnell. Eine freimütige, offenherzige, kühne Aussage. Und hier wird eine Antwort gegeben. In Psalm 121. Denn wir hatten ja gelesen, dass einige gebetet haben. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Nun, sie wussten natürlich, dass Gott nicht in Wirklichkeit schläft. Aber es sah so aus. Aber in Psalm 121 und Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Es wird auch in anderen Stellen gesagt. Der Herr ist nicht müde. Der Herr schläft nicht. Siehe, Vers 4. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der weiß ganz genau, was läuft. Wir lesen, dass Gott alles getan hat. Auch den Ungerechten hat er erschaffen für den Tag des Gerichts. Das ist eine andere Predigt, die ich ja kürzlich gegeben habe. Über die Tatsache, dass wir Gott Dinge ausführen lassen sollen. Aber dem steht nicht entgegen, was ich heute bespreche. Dass wir mit Freimut, mit Kühnheit, mit Offenherzigkeit zu Gott sprechen. Um ihm auch zu zeigen, wie ernst es uns ist in der Situation. Und ihm auch zu zeigen, dass wir genau verstehen, Hilfe kann nur von dir, Gott, kommen. Nicht von Menschen. Die werden uns nicht helfen. Die werden uns allenfalls enttäuschen. Nein, von dir muss die Hilfe kommen. Und wir vertrauen darauf, dass sie kommen wird. Psalm 139. Und lesen wir angefangen in Vers 19. Und hier ist eine sehr, sehr gewaltige Aussage von David. Und einige sagen, ja, das ist aber gar nicht christlich. So darf man aber gar nicht denken. Psalm 139, Vers 19. Ach Gott, dass du die Gottlosen tötest und die Mörder von mir weichen müssten. Denn sie reden lästerlich von dir. Darum geht es. David wollte sich nicht selbst irgendwo rächen. David sagt zu Gott, hör mal, was die alles tun. Die reden lästerlich vor dir. Die lästern dich. Lass das nicht zu. Greif ein. Breche dich an solchen Menschen. Sie reden lästerlich von dir. Und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Und jetzt Vers 21. Ich hasse, ja, Herr, die dich hassen. Und ich verabscheue, die sich gegen dich erheben. Es war nicht eine Verabscheuung, ein Hass in diesem Sinne, gegenüber seinen eigenen Feinden, die sich jetzt gegen David erhoben haben. Nein, er sieht dieses Verhalten der Feinde als eine absolute, niederträchtige, dämonische Handlung Gott gegenüber. Und das hasst er. Denn Gott hasst das auch. Und so lesen wir in Vers 22. Ich hasse sie mit tiefstem Hass. Und sie sind auch mir zu Feinden geworden, weil sie die Feinde von Gottes sind. Oder von Gott sind. Wo es heißt, ich hasse sie mit tiefstem Hass, kann es auch übersetzt werden, mit perfektem Hass, mit gerechtem Hass. Ja, es gibt so etwas wie gerechten Hass. Das hatte ich auch in einer Predigt kürzlich besprochen. Es kann kein Hass sein, der von Satan kommt, der aus der menschlichen Idee herauskommt. Aber Gott hasst das Böse. Und das müssen wir auch tun. Und wir dürfen da keine Kompromisse schließen. Letztlich erhebe ich einen Drohbrief von jemandem, der sagte, wenn Sie das und das noch sagen, dann wird das und das geschehen. Wissen Sie? Das sind niederträchtige, von Satan inspirierte Menschen, die so etwas schreiben. Und meinen Sie, ich würde wirklich jetzt aufhören, die Wahrheit zu predigen, nur weil jemand da ist, dem das nicht passt? Ich hasse so etwas, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass jemand eine solche niederträchtige, gemeine Handlung vornehmen kann. Und das sollten Sie auch tun. Sie sollten in keinster Weise, in keinster Weise auch nur annähernd daran denken, Kompromisse mit jemandem zu schließen, der sich total von Gott abgewandt hat. In keinster Weise. Psalm 141 und Vers 1. Ein Psalm Davids, Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe. Vers 10. Aber auch hier wiederum, es geht um die Gottlosen, die sich gegen Gott wenden. Es geht nicht darum, dass David sich selbst rächen wollte. Schauen Sie, er sagt, wenn meine Feinde Unglück hatten, dann quälte ich mich mit Fasten. Dann betete er sogar zu Gott, dass er seinen Feinden die Augen öffnen würde, dass die aufhören, feindlich zu handeln. Er wollte sich auch nicht in keinster Weise an denen rächen, die ihm Unrecht getan haben. Als er damals durch die Rebellion von Absalom Jerusalem verlassen musste, da gab es dann Menschen, die ihm fluchten und andere wollten denen so den Kopf abhauen. Und David sagte, nein, nein, lass die mal ruhig. Wenn Gott denen gesagt hat, die sollen mir fluchen, dann lass die mal fluchen. Er hat sich nicht an denen vergangen, er hat sich nicht an denen gerecht, aber er hat gleichwohl dazu beigetragen und zugesehen, dass unter Salomo gerechte Bestrafung erfolgen würde. Das ja, aber er hat das Salomo überlassen. Er wollte nicht selbst diese Dinge tun. Und er sagt sogar an einer Stelle auch, wenn ich denen vergolten habe, mit schlimmen Dingen vergolten habe, die mir ohne Ursache feind waren und hasserfüllt waren, dann soll es mir schlechter gehen. Also es ging nicht um einen Hass, um eine Rache von David gegenüber seinen persönlichen Feinden. Darum ging es nicht. Darum darf es uns auch nicht gehen. Aber wir sollen schon auf die blicken, die sich gegen Gott wenden. Und weil sie sich gegen Gott wenden, dann andere möglicherweise beeinflussen, sich ebenfalls gegen Gott zu wenden. Das ist das Verderbliche an der Geschichte. Das ist das, was wir hassen müssen. Das ist das, was David mit perfektem und gerechtem Hass begegnete. Gott sagt, mein ist die Rache, redet Gott. Aber Paulus sagt auch, wir sollen die Rache Gott überlassen. Wir sollen aber auch verstehen, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist, der sich rächen wird zu seiner Zeit. Psalm 143 und Vers 7. Auch hier wiederum, ein Psalm Davids. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, damit ich nicht werde wie die, die in die Grube sinken. Der Punkt kann kommen, sagt er hier zu Gott. Wenn du zu lange wartest, dann sterbe ich. Ist nicht unbedingt dein Wille, oder ist es doch dein Wille? Also die Idee ist, greife ein. Greife schnell und baldig ein. Auch in Psalm 145 und Vers 18. Das ist die Versicherung. Das ist das, was Gott uns sagt. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen. Allen, die ihn mit Ernst anrufen. Man kann auch übersetzen, die ihn in Wahrheit anrufen, wie es die Schlachterbibel schreibt. Oder die ihn mit Aufrichtigkeit anrufen, wie die Mengebibel es in einer Anmerkung schreibt. Weiter in Vers 19. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Ja, es wird geschehen. Er hört ihr Schreien. Also nicht am Schlafen, er hört ihr Schreien und er hilft ihnen zu seiner Zeit. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird alle Gottlosen vernichten. Schauen Sie, auch das ist etwas, das wir glauben müssen, auf das wir uns konzentrieren sollen. Das wir letztendlich akzeptieren müssen, anerkennen müssen. Mein Mund soll das Lob des Herrn verkünden und das alles, was lebt, lobe seinen heiligen Namen immer und ewig. Ich möchte zurückgehen zu Psalm 58 hier. Kurz und Vers 11. Christlich? Es geht um den Gottlosen. Es geht um den, der sich zu einem Feind Gottes gemacht hat, der Gott verhöhne piepelt, wie man das früher so mal gesagt hat, der ihn verspottet, der gegen ihn vorgeht, auch durch seine Handlungen, durch seine Taten, durch seine verderblichen Taten. Deswegen wird der Gerechte sich freuen, Vers 11, wenn er solche Rache sieht, Vers 12, sodass die Leute sagen werden, der Gerechte kann doch seine Frucht genießen, denn Gott ist ja noch Richter auf Ehren. Ich habe eine Predigt gegeben vor nicht allzu langer Zeit, wo ich gesagt habe, dass die Bibel deutlich lehrt. Gott gibt einem, vor allen Dingen jemand, der etwas von der Wahrheit verstanden hat, drei ernste Warnungen. Warnungen, die mit dem Leben, mit dem Tod eines Menschen zusammenhängen können. Und wenn ein solcher Menschen aber diese Warnungen nicht beachtet, das steht im Buch hier ab, dann wird es ein schlimmes Ende nehmen mit einer solchen Person. Wenn die Zeit der Reue, die gegeben worden ist, abgelaufen ist, dann wird es zu einem Unglück kommen. Gott sagt das deutlich und daran ist nicht zu röttern. In Jesaja Kapitel 62, Jesaja 62, die Verse 6 und 7. Auch hier wird von der Freimütigkeit gesprochen. Sie war von der Aufforderung Gottes, freimütig zu sein, ihm diese Dinge vorzusagen. Psalm 62 und Vers 6. Oh Jerusalem, Jesaja 62 und Vers 6. Oh Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt. Braucht Gott Hilfe insoweit, dass er sich erinnert? Natürlich nicht. Aber das ist diese Ausdrucksweise. Wir sollen nach wie vor immer, immer wieder zu Gott kommen im Gebet. Christus sagt, wenn wir Tag und Nacht zu ihm beten, dann wird er uns bald Gerechtigkeit schaffen. Und er fragt allerdings auch, ja, aber wird der Menschen so den Glauben auf Erden finden, wenn er zurückkommt? Aber hier, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und schweigt nicht, bis er Jerusalem zugerichtet und zum Lob auf Erden gemacht hat. Und wir tun das heute in Gottes Kirche. Wir schweigen auch nicht. Wir zeigen Ihnen anhand unserer Programme, der Programme auf Posten stehen, unsere Predigten, unsere Literatur, was vor sich geht in der Welt und wie die Zeichen der Endzeit deutlich sind. Die Zeichen der Zeit, die uns zeigen, schlimme Dinge werden geschehen. Die Gottlosen, diejenigen, die sich gegen Gott in Rebellion aufgerichtet haben, die werden umkommen. Das ist überhaupt gar keine Frage, wenn sie nicht bereuen. Und viele werden nicht bereuen. Die meisten werden nicht bereuen. Die werden umkommen. Und das zeigen wir an, anhand der Zeichen der Zeit. Es ist nicht mehr allzu viel Zeit, für solche Menschen umzukehren. Und wir beten natürlich auch zu Gott, dass er uns auch inspiriert, die richtigen Worte zu finden. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, ich gebe keine Predigt. Ich gebe kein auf Posten stehend Programm, ohne vorher zu Gott gebetet zu haben. Einmal habe ich es vergessen. Vor vielen Jahren allerdings mittlerweile. Vergessen in Anführungszeichen. Ich habe gedacht, ach, ich habe keine Zeit, muss jetzt schnell mal an die Sache rangehen. Das war eine Katastrophe. Also ich bete und wir alle sollten das tun. Alle Prediger sollten das tun. Jeder, der zu seinem Volk, zu Gottes Volk spricht, sollte das tun. Denn es sollten nicht unsere Worte sein, schauen Sie. Es sollen die Worte Gottes sein. Natürlich habe ich hier Notizen. Natürlich habe ich mir niedergeschrieben, wo diese Stellen zu finden sind. Aber das ist ungefähr auch das alles, was ich hier habe. Ich habe nicht jedes einzelne Wort niedergeschrieben. Ich vertraue darauf, dass Gott mich inspiriert, Ihnen das zu sagen, was er möchte, dass ich Ihnen sage. Und ich hoffe auch, dass Sie Ohren haben zu hören und Augen haben zu sehen. Denn bei allem Freimut müssen wir auch begreifen, dass der Betende, und wir haben das jetzt ja auch bereits gesehen, dass der Betende die Fähigkeit Gottes und die Zuversicht in Gottes Hilfe nie in Frage gestellt hat. Denn das ist der Punkt, über den wir nicht hinausgehen dürfen. Der Betende war schon davon überzeugt, dass Gott helfen wird, helfen kann. Er wusste nur noch nicht so recht, wann das geschehen wird. Und er wurde ein wenig ungetuldig. Er wollte Gott zeigen, wie dringend sein Eingreifen ist. Wir müssen schon vorsichtig sein. Dass wir unsere Freimütigkeit, unsere Kühnheit, unsere Offenherzigkeit Gott gegenüber nicht zu weit treiben und ihn und seine Handlungsweise kritisch und voller Zweifel hinterfragen. Wir müssen seinen Willen für uns akzeptieren. Ich möchte Ihnen einige Beispiele jetzt geben, wo das Problem Situationen waren, wo die Menschen eben gerade so nicht reagiert haben, nicht so gehandelt haben. Psalm 78 zum Beispiel. Psalm 78 und lesen wir angefangen in Vers 17. Auch hier wiederum wird zunächst einmal erzählt, wie Gott alles getan hat für sein Volk, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Vers 17. Dennoch sündigten sie weiter gegen ihn und erzürnten den Höchsten der Wüste und versuchten Gott, besser stellten ihn auf eine harte Probe. Man kann Gott nicht versuchen, aber man kann ihn auf eine harte Probe stellen. Im Hebräischen ist das Wort für versuchen und auf die Probe stellen das gleiche. Hier hat der Übersetzer das falsche Wort benutzt. Und sie stellten ihn auf die Probe in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste und redeten gegen Gott und sagten, ob Gott uns in der Wüste einen Tisch bereiten kann. Schauen Sie, das war der Zweifel. Das war der Zweifel. Den dürfen wir nicht haben. Vers 41. Sie versuchten Gott wiederum, stellten ihn auf die Probe immer und immer wieder und reizten den Heiligen Israels. Eine bessere Übersetzung ist hier, dass sie ihn begrenzten. Die begrenzten ihn in ihrer Vorstellung. Das kann Gott nicht tun. Sie dachten nicht, Vers 42, an seiner Hand, an den Tag, als er sie von den Feinden erlöste. Und das eben dürfen wir gerade nicht tun. Und dann heißt es in Vers 65, Und der Herr erwachte wie ein Schlafender. Wie ein Schlafender. Es sah so aus, als ob er schlief. Aber er tat es natürlich nicht. Aber das ist das, was man nicht tun darf. Man darf ihn in keinster Weise hinterfragen, dass man sagt, ja, Gott kann das ja gar nicht tun. Das sind diejenigen, die sich von Gott abgewendet haben. Das sind die Zweifler. Das sind die Narren. Das sind die Tore, die sagen, ach, kann tun, was ich will. Gott fragt ja nicht danach. Gott kann überhaupt nichts tun. Weder Gutes noch Schlechtes. Ich kann das tun, was ich will. Jeremia, Kapitel 15, gibt uns ein weiteres Beispiel von, in diesem Fall sogar Jeremia, der da ein wenig in die falschen Gleise geraten war. Aber hier wird es deutlich, dass Gott dies auch deutlich macht. Jeremia 15 und Vers 17, da sagt er, Ich habe mich weder zu den Scherzenden gesetzt, noch mich mit ihnen gefreut. Aber es ging es um die falsche Freude. Die Scherzenden, diejenigen, die, sagen wir mal, Gott verleugnet haben, die sich über ihn lustig gemacht haben, über seine Worte, was, das glaubt ihr noch? Sabbat halten, halten lieber mal den Sonntag, und so weiter und so fort. Die sich überfreuen, dass sie sich schön versammeln können, am Sonntag Weihnachten halten können, sogar dieses schreckliche Halloweenfest halten können, Ostern halten können. Jeremia sagte, mit denen habe ich nichts zu tun gehabt. Haben Sie mit denen noch was zu tun? Ich habe mich weder zu den Scherzenden gesetzt, noch mit ihnen gefreut, oder die zum Beispiel Karneval vereinen und so weiter, sondern bin allein geblieben, wegen deiner Hand auf mir, weil du mich mit deinem Grimm erfüllt hast. Auch ein Grimm darüber, dass die so auf solche schreckliche Weise gelebt haben. Und andere dazu noch verführen, so zu leben. Jetzt aber Vers 18. Warum wehrt denn mein Leiden so lange? Und meine Wunden sind so schlimm, dass sie niemand heilen kann, also auch du nicht? Ja, du bist für mich wie ein trügerischer Fluss, wie Wasser, die versiegen. Trügerischer Fluss, mit anderen Worten, auf dich ist kein Verlass. Du hast mich betrogen, sagt er hier. Das geht weit über das hinaus, was wir in den Psalmen gerade gelesen haben. Und deswegen sagt Gott auch folgendes, in Vers 19, darum sagt der Herr, wenn du dich zu mir hältst, dann will ich mich zu dir halten. Und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du die Edeln lehrst, sich von den bösen Leuten abzusondern, dann sollst du mein Mund sein, sie sollen sich zu dir wenden, aber du sollst dich nicht zu ihnen wenden. Nun, die Erberfelder Bibel übersetzt Vers 19, wenn du umkehrst, also nicht, wenn du dich zu mir hältst, sondern wenn du umkehrst, wenn du bereust. Die Mengebibel schreibt, wenn du anderen Sinnes wirst. Und dann fährt sie vor zu übersetzen, und wenn du nur Edles, nichts Gemeines hören lässt, sollst du wieder wie mein Mund sein. Aber ich möchte hier kurz aus der Hoffnung für alle vorlesen, denn die bringt es wirklich sehr ansehnlich. Und ich möchte hier mal Jeremiah 15 vorlesen, angefangen mit Vers 10. Und hören Sie sich das einmal kurz an, wie das hier übertragen wird. Es ist ja keine Übersetzung in dem Sinne, mehr eine Interpretation, aber sehr schön gemacht. Ich unglücklicher Mensch, warum hat meine Mutter mich überhaupt geboren? Jeder im Land streitet mit mir und bekämpft mich. Ich habe niemals Geld gegen Wucherzinsen verliehen, schulde niemandem etwas, trotzdem verfluchen mich alle. Da antwortete der Herr in Vers 11, Ich werde dich bewahren und dafür sorgen, dass alles für dich ein gutes Ende nimmt. Das verspreche ich dir. Das verspricht uns Gott heute auch. Deine Verfolger werden in Not und Bedrängnis geraten und sogar dich anflehen. Wir lesen im Buch der Offenbarung, dass sogar diejenigen aus der Synagoge von Satan zu uns kommen, werden letztendlich vor uns niederfallen, uns anbeten, weil sie erkannt haben, dass wir die wahren Diener Gottes sind. Aber bislang ist das noch nicht geschehen. Vers 15 Herr, du siehst doch alles, sagt hier ihre Mir. Denk an mich und setze dich für mich ein. Lass meine Feinde ihre gerechte Strafe bekommen. Halte deine Zorn gegen sie nicht länger zurück, sonst komme ich noch um. Du weißt doch, dass sie mich deinetwegen beschimpfen. Nichts Falsches mit dem soweit, was er hier sagt. Immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Nie saß ich fröhlich mit anderen Menschen zusammen. Ich konnte nicht mit ihnen lachen. Wiederum die Idee, diejenigen, die eben die falschen Freuden haben. Nein, einsam war ich, weil deine Hand auf mir lag. Dein Zorn über dieses Volk hatte auch mich gepackt. Jetzt das Problem, Vers 18. Warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht helfen und nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Vers 19. Da antwortete der Herr, geh um zu mir. Dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig daherredest, sondern das sagst, was Wert hat, dann wirst du mein Bote bleiben. Das Volk soll wieder auf dich hören, du aber höre nicht auf sie. Ich werde dich ihnen gegenüber stark machen wie eine Mauer aus Bronze. Sie werden dich bekämpfen, doch ohne Erfolg, denn ich bin bei dir und werde dich retten und bewahren. Ich, der Herr, verspreche es dir. Wenn uns Menschen bekämpfen, Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, dann sagt Gott, ich werde dieser Sache mich annehmen und ich werde dich bewahren und ich verspreche es dir. Und wir müssen den Glauben auch haben, dass es geschieht zu der Zeit, wenn Gott es für richtig hält. Aus der Hand, Vers 21, an sich boshafter und gewalttätiger Menschen werde ich dich erlösen. Und Menschen können gewalttätig und boshaft sein, auch im geistlichen Sinne, indem sie die schlimmsten Dinge von sich geben, die schlimmsten Lügen verbreiten, die schlimmsten Gerüchte verbreiten, Rufmord begehen an uns. Was sollen wir tun? Die Menschen nach wie vor schreiben schändlichste Dinge Herrn Armstrong zu, Herbert B. Armstrong, der 1986 starb, der ehemalige menschliche Leiter der Kirche war. Jetzt schrieb mir gerade jemand, dass hier in Amerika in Netflix da ein scheußliches Programm veröffentlicht wurde über Herrn Armstrong und natürlich dann auch über diejenigen, die ihm nach wie vor weiterhin folgen. Ja, was soll man tun? Wollen wir uns jetzt an die Gerichte wenden? Wollen wir uns jetzt da ans YouTube wenden und da Programme machen und so weiter und so fort und uns mit den Leuten auseinandersetzen? Das ist doch unerheblich. Das ist doch Schall und Rauf, was die so von sich geben. Dumme Menschen, dumme Menschen, die nichts wissen, Ignoranten. Nein, wir überlassen das Gott. Gott wird sich der Dinge annehmen. Ich bin in meinem Leben so oft verleumdet worden, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich überlasse das Gott. Sie sollten das Gleiche tun. Natürlich, wenn wir Gelegenheit haben, wenn wir aufgerollt haben, gewisse Dinge richtig zu stellen, weil Menschen Fragen haben, das ist etwas anderes. Aber wenn Menschen willens sind, falschen, niederträchtigen, Gerüchten über uns zu glauben, obwohl man uns kennt, dann ist das deren Problem. Dann ist das deren Fehler. Dann sollten Sie auf das Schnellste bereuen, dass Sie so leichtgläubig und in gewisser Weise noch bösartig geworden sind. Das ist deren Problem, nicht unseres. Aber schauen wir uns einmal an, wie Jeremia auch weiter noch gesprochen hat. In Jeremia Kapitel 1, nachdem Gott ihm Folgendes gesagt hat, angefangen in Vers 4. Das Wort des Herrn kam zu mir und sagte, ich kannte dich, noch bevor ich dich im Mutterleib bereitete. Ich sonderte dich aus, bevor du von der Mutter geboren wurdest. Und ich habe dich geheiligt und zu Propheten für die Völker bestimmt. Alles ist das schon für dich geschehen, Jeremia. Was war seine Antwort? Ich habe gesagt, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen. Nein, ich bin zu jung. Nimm jemand anderen. Ich will es nicht tun. Und Gott sagt Sachen, ich bin zu jung. Ich habe dich zu diesem Dienst erweckt. Du wirst es tun. Okay, aber diese Antwort war nicht unbedingt das, die hätte erfolgen sollen. Das war nicht mehr Freimütigkeit, das war schon ein bisschen darüber hinausgehen. Aber Jeremia hat sich natürlich auch gefangen und auch in der anderen Stelle, die wir gerade gelesen haben, hat natürlich bereut und wurde weiterhin von Gott als der Prophet benutzt. Aber hier eine weitere Stelle über Mose. Das ging darum, als Gott ihm erschien im brennenden Busch. Der war auch nicht bereit, das zu tun, was Gott von ihm verlangte und kam immer mit Ausreden daher. Ausreden ist nicht Freimut. Ausreden ist Zweifel. Ausreden ist eigentlich so mehr oder weniger eine Einstellung, dass man sich weigert, das zu tun, was Gott von einem verlangt, dass man Zweifel hat, dass man sich nichts zutraut, dass man Gott nichts zutraut, dass man wirklich das tun könnte, was Gott von einem erwartet. Schauen Sie auch insoweit, wenn Gott einem Talente gegeben hat, dann will er, dass man die Talente ausübt. Nun, einige mögen natürlich Talente haben, die müssen ausgebildet werden, das ist klar. Und dann macht man Fehler. Und dann sollten andere sich davor hüten, diese Fehler zu kritisieren. Wenn die Fehler machen, okay, dann werden sie aus diesen Fehlern lernen. wenn sie als Zuhörer, sagen wir mal, ein Musikstück sich anhören. Und da sollten Fehler drin sein. Ja, können sie so gut spielen oder so gut singen wie die Person? Wenn nicht, dann seien sie besser mal still. Und so lesen wir hier in 2. Mose 4, Vers 1, nachdem Gott gesagt hat, ich schicke dich jetzt nach Ägypten, um die Israeliten zu befreien. Mose antwortete, siehe, ich werde, sie werden mich glauben und nicht auf mich hören, sondern sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Okay, also ist doch sowieso alles sinnlos. Und dann lesen wir in Vers 10, nachdem Gott gesagt hat, nein, nein, ich werde schon Zeichen und Wunder tun, dass sie glauben. Vers 10, Mose sagte zum Herrn, ach mein Herr, ich bin von hierher kein bereter Mann gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. War natürlich gar nicht wahr, denn in den Hebräerbrief lesen wir, dass Gott den Mose erschaffen hatte und Mose war kraftvoll, voller Kraft in Wort und Werk. War nur eine Ausrede. Und dann sagt Gott, okay, ich habe aber auch doch deinen Mund erschaffen, ich werde dir schon helfen. Vers 13, Mose aber sagte, mein Herr, sende, wenn du senden willst, aber nicht mich, ist die Idee. Und da wurde der Herr sehr zornig, Vers 14, über Mose. das war nicht der Freimut, den Gott von uns erwartet. Das ging darüber hinaus. Das war eine Weigerung, das zu tun, was Gott von uns fordert. Und da wurde Gott sehr zornig über Mose, dass er sich nach wie vor weigerte, obwohl Gott ihm alle diese Dinge gezeigt hatte, alle diese Dinge gesagt hatte, dass er nach wie vor den Willen Gottes nicht tun wollte. Aber andererseits gibt es eine Stelle, wo Mose ganz offen zu Gott sprach und Gott hat das akzeptiert. In gewisser Weise hat er sich darüber gefreut, wie er sich damals auch über Abraham freute, als er für Sodom eintrat und sagte, wenn da nur zehn Gerechte sind, willst du dann die Gerechten mit den Ungerechten vernichten? Und Gott sagte, okay, wenn zehn Gerechte sind, würde ich es nicht tun. Da waren noch nicht mal zehn Gerechte. Aber hier in 2. Mose 32, manchmal frage ich mich, wie viele Gerechte wir eigentlich haben. Das war aber in Deutschland. Sagen wir mal in Amerika, sagen wir mal auf der ganzen Welt, wie viel wahrhaft Gerechte gibt es eigentlich unter den Menschen? Ich sage Ihnen eines, nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Aber so sehen Sie zu, dass Sie einer sind und bleiben. 2. Mose 32 und Vers 7. Der Herr sagte zu Mose, das ist natürlich der Punkt, wo das Volk hier das goldene Kalb errichtete und dann Götzendienst betrieb. Der Herr sagte zu Mose, gehe, steig hinab, denn dein Volk, dein Volk, sagt er hier, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und der Herr sagte zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarkes Volk. Nun lass mich, Vers 10, dass mein Zorn über sie entbrennt und ich sie vernichte, aber dich will ich zum großen Volk machen. Und Mose hätte sagen können, oh, ich werde jetzt ein großartiger Führer sein für mein eigenes Volken. Nein, nein, so hat Mose nicht reagiert. Mose aber, Vers 11, lehnte vor dem Herrn, seinem Gott und sagte, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, ist nicht mein Volk, ist dein Volk, sagt er hier, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast, habe ich nicht getan, hast du getan. Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und vom Erdboden zu vernichten? Kehre dich ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Übel reuen, das du über dein Volk bringen willst. Das ist eine sehr freimütige Aussage von Mose Gott gegenüber. Gott bereue, was du tun willst. Denk mal darüber nach. Tu das nicht. Wie hat Gott darauf reagiert? Wer bist du, Mose, dass du mir etwas sagst in der Beziehung? Vers 13, denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, den du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich euch verheißen habe, will ich eure Nachkommen geben und sie sollen es für ewig besitzen. Nun, das hätte nach wie vor der Fall sein können und wäre es auch gewesen, wenn Gott durch Mose, ja nun auch ein Nachfahre von Abraham war, ein neues Volk geschaffen hätte, aber Mose bringt diese ganzen Argumente vor. Vers 14, und da rollte den Herrn, das Übel, das er seinem Volk zugedacht hatte. Das war für eine wunderbare Stelle. Hier hat Mose mit Gott, man möchte sagen, argumentiert, mit Freimut gesprochen und Gott hat seinen Willen geändert, aufgrund dieses Gebetes, dieses freimütige Gebet. Können sie das auch erreichen, wenn sie zu Gott auf solche Weise sprechen, wenn gewisse Dinge in ihrem Leben vorgehen, wo Gottes Eingreifen notwendig ist? oder sind sie dazu zu feige oder zu uninteressiert? Aber letztendlich muss unsere Einstellung die sein und darauf kommt es an. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so möchte ich zum Abschluss noch einmal unsere Broschüre Lehre uns zu beten vorlesen und diesmal die Zusammenfassung über den Willen Gottes. Und da haben wir Folgendes geschrieben. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, so bitten wir Gott darum, seinen Willen zu erkennen, zu akzeptieren und mit ihm einverstanden zu sein und wir bitten ihn um die Stärke und den Wunsch, seinen Willen zu tun, auch wenn dies nicht einfach sein mag. Wenn wir in unserem Leben vor schwierigen Situationen stehen, dann bitten wir Gott, uns dabei zu helfen, keine überalten Entscheidungen aus Ungeduld oder Frustration herauszutreffen. Das kann nämlich sehr leicht geschehen. Vielmehr bitten wir ihn, uns seinen Willen zu offenbaren und uns die Kraft zu geben, seinen Willen anzunehmen und mit ihm übereinzustimmen. Wir bitten Gott, dass wir die Stärke erhalten, uns seinem Willen von ganzem Herzen unterzuordnen und zu tun, was immer Gott von uns verlangen mag. Da wir wissen, dass Gott uns helfen wird. Das müssen wir wissen. Wie Gott dem Jirania versprochen hat, ich werde dir helfen, das verspreche ich dir, so verspricht es uns auch Gott heute. Wir müssen dieses Versprechen annehmen. akzeptieren, daran glauben, die freudige Zuversicht haben. Wie einst Jesus sprach, sagen wir zum Abschluss, als er vor der schwierigsten Situation seines Lebens stand. So sagen auch wir, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hier nochmal Klink für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. when du 750 factor fühle dich. Bud Bud Vielen Dank. Vielen Dank.